Um Einungstukunft mitzugestalten, haben wir eine junge Nachwuchskomponistin engagiert, die uns ein Lied geschrieben hat. Die hat nämlich in ihren jungen Jahren schon 76 Jahre Erfahrung in Einung zu leben. Sie findet Einung immer noch schön. Aber trotzdem findet sie natürlich auch, dass man es immer noch schöner machen kann. Unser Ort war niemals hässlich, unser Ort war niemals leer, denn seit über tausend Jahren ziehen Menschen gern hierher. Unser Ort ist kinderfreundlich und erwachsenengerecht und man lebt doch hier wirklich gar nicht schlecht. Einung wird noch immer schöner, ich glaube fest daran, denn jeder wird doch helfen, so gut er eben kann. Ja, Einung wird noch schöner, wenn jeder es versteht, dass es dabei auch um Hilfe geht. Unsere Straßen und auch Wegen ging es nie so gut wie heut und die Tiere und auch Pflanzen werden ziemlich gut betreut. Hier kann jeder alles kaufen, was er will und was er mag und Sportmöglichkeiten gibt es jeden Tag. Doch dieses Einung wird noch schöner, ich glaube fest daran, denn jeder wird doch helfen, so gut er eben kann. Ja, Einung wird noch schöner, wenn jeder es versteht, dass es dabei auch um Hilfe geht. Wow! Wow! Vielen Dank.